Ja, hallo liebe Freunde des Heimatvereins. Wir freuen uns natürlich, dass wir dieses Jahr wieder unseren legendären Osterbasar haben und zwar am 1. April in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Freuen wir uns natürlich, euch hier auf unserem Gelände begrüßen zu dürfen. Es ist wieder einiges dabei für die Kinder zum Basteln, natürlich auch Ostereier suchen. Ist ja legendär, gehört ja mit dazu zum Osterfest und natürlich aber auch viele Händler, die hier ausstellen. Wir haben auch den Fischer wieder hier dabei. Wir haben unseren legendären Zuckerkuchen, unseren Dietmar Guss, der das wieder bezaubert herstellen wird und und und. Also wir haben viele Sachen, essen und trinken sowieso. Wir freuen uns auf euch und kommt zu uns und machen wir einen schönen Osterbasar.